Herzlich Willkommen bei Matis. Ich zeige dir heute einen Einblick in die Produktionsmechanikerlehre. Kommt doch mit! Der Start von jedem Teil füllt an bei dem korrekten Einrichten der Maschine. In diesem Fall eine Dreibank. Während dem Produzieren werden die Teile mit der Zeiss-3D-Maschine ausgemessen und schaue dabei in Massenstimmen und es eine hohe Qualität hat. Ein grosser Teil der Aktivität bei einem Produktionsmechaniker bei der Firma Matis ist das Produzieren von Teile. Dazu werden solche CNC-Maschinen von uns bedient. Teile werden später für die Werkzeuge zum Einsetzen von z.B. Hüftimplantaten gebraucht, aber auch Implantate werden direkt produziert. Nach dem Fräsen wird das fertige Teil rüber zum Messen geben. Nachdem das fertige Teil übergeben wurde, kontrolliert man mit dem optischen Messgerät und dem Höhemessgerät die letzten Mechmann kontrollieren und auswerten, ob sie gut sind. Haben wir dieses Interesse geweckt? Dann macht die Lehre für Matis und profitiert von folgenden Vorteilen. Vom Leistungslohn, von 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, von 6 Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir sind direkt am Bahnhof. Bewegt mit uns die Zukunft! Tschüss! Tschüss! FT Bis zum nächsten Mal.